Ich glaube, dass man als Läufer Dinge schaffen möchte, die nicht jeder schafft, ist dann auch probiert und wenn man sich anstrengt, auch wirklich zum Ziel kommt. Und dann kann man auch stolz auf sich sein und sich mal auf die Schulter klopfen und sagen, Günther, das hast du gut gemacht, auch wenn die Zeit nicht so bombig war, aber dabei sein ist alles. Bis zum nächsten Mal. Bemerkenswert beim Marathonlaufen finde ich, dass man über seine Grenzen hinausgeht und obwohl man es unterwegs mehrfach bereut, dass man das getan hat, trotzdem schon wieder Lust aufs nächste Mal hat, egal wie große Schmerzen sind. Also unser Ziel ist eigentlich jedes Jahr aufs Neue, dass wir danach sagen können, das war die schönste Veranstaltung, die wir jemals auf die Beine gestellt haben und das schaffen wir glücklicherweise auch. Danke sagen möchte ich natürlich euch allen, meiner Familie, den Sponsoren, die uns seit vielen Jahren so treu unterstützen und mit Begeisterung dabei sind, den Behörden, der Polizei, den Rettungskräften und natürlich unseren Helfern und den treuen Läufern, die jedes Jahr bei uns am Start sind. Vielen Dank dafür.